Hallo, mein Name ist Jakob Hager, ich bin der Geschäftsführer von Taskwunder, einem Outsourcing-Unternehmen aus Wien. Ich freue mich riesig, dass ich hier dabei sein darf. Vielen Dank an den Oliver und auch an alle anderen Teilnehmer, die das Ganze zu einer einzigartigen Erfahrung gemacht haben. Für mich waren es zwei Highlights. Das erste war erstmal, die ganzen Leute persönlich kennenzulernen. Man kannte sich ja schon über Skype oder kennt die Online-Marketer. Klar, durch das Online-Marketing, aber erstmal eine persönliche Beziehung herstellen ist natürlich super. Und zweitens natürlich auch ein bisschen was zurückgeben zu können, auszutauschen. Ich denke, ich konnte ein bisschen was zurückgeben im Thema Facebook-Marketing, ein bisschen da Details preisgeben und einfach auch wieder andere Sachen dann aufnehmen, was die anderen so machen. Also das ist einfach eine großartige Veranstaltung. Sollte es ständig solche Masterminds geben, sollte noch viel mehr machen. Und ja, also ich freue mich riesig auf das nächste Mal. Und alles, also Gratulation nochmal und vielen Dank an den Oliver. War super. Danke.